Heute ist der sogenannte Tag der Orchestervermittlung. Alle großen Orchester in Österreich haben eine Vermittlungsabteilung, die ist vor allem zuständig für Konzerte für Kinder, für Jugendliche, für Schulen, Projekte, die alles ein bisschen anders sind als die normalen Konzerte. Und im Rahmen dieser Veranstaltung spielen die vier Wiener Orchester in drei U-Bahn-Stationen und in einer Straßenbahn. Man muss die Lippen nehmen, um einen Ton auf einem Blechbläsensystem zu erzeugen. Das funktioniert so. Musik 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 Musik